so ne was halt Orangen schon genau zu haben Och ich treff nichts, bleibt kurz geschildt Bruder 3 Leute 3, 2, 3 Und anscheinend spielen die junge Headset Ich hab ihn in die Brücken geschossen Oder noch eine Was leben denn überhaupt noch? Äh, 4 2 Teams Ist er hier oben drinne? Gucu Naja Hab ihn denn gekämpft? Meine Lücker sind 2-2 Die ich jetzt gerade fighten Dann kannst du gleich noch die Reste aus sammeln Ach so gewann Ja ist nicht immer noch schlecht Ne Oh ein Team noch 3 Leute Ja da fällt halt auch ein Einzelner was mit dabei Ne ne Ein Team 3 Leute Ich seh es doch Es lebt nur noch ein Team Ich seh es doch Es ist doch noch ein echtes Team Hahahaha Das artet jetzt wieder in Arbeit aus Das artet jetzt wieder in Arbeit aus Das artet jetzt wieder in Arbeit aus Ich hab auch echt nicht geleben Wenn du dich einfach wegschriffen und du Hahahaha Und der Wolf auch noch Ein Überfluss Was sind das denn für Gegner Digger Guck mal der kann doch gar nichts Guck mal Ja Was soll das denn? Ja und die trifft selber nichts Ich brauche mich gar nicht beschweren Jörg Geh doch mal weg jetzt Guck mal hier bin ich Nein da bin ich Hier bin ich Guck 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 Du griffst mich nicht Du griffst mich nicht Hahahaha Ringelrangelrose Hahahaha Sag der ist er weg Dein Sieg geht jetzt in die Hose Dein Sieg geht jetzt in die Hose Ja 2.7 Schade eigentlich Einer kommt Ausflug Da kommen zwei Flugenten Da war der gerade mit dem Schlüssel Da Vorsicht Vorsicht da ist noch einer Sauf direkt unter dir Zwei Stück Der eine ist los Der hat ein Laserschwert Der hat ein Laserschwert Der ist übel Der ist krank Ich dachte er kommt mit einer normalen Waffe Dann hat der Ja aber dann kommt er auch auf einmal mit der EA von Ey Gordon hol mich Kannst du eingehen Kami haben ja mit einem Laserschwert abwehren Das wäre mal interessant zu wissen Glaub ich nicht Aber das würde lustig aussehen Ja Ja Dann kannst du mich einmal wiederholen Wie der halt gleich seinen Kollegen Die wollen hier rein ins Haus Hallo ich muss wieder geholt werden Oh mein Gott 2 Kronen Gott eine Hilfe Erstmal Kevin helfen Ich bin schneller tot als dir Schwimmt der gar nicht Ich hab nur noch 16 Leben Ja der hat jetzt auch 12 10 8 Oh Alter Hielt mich zu zweit Geht schneller Das haben wir auch schon rausgefunden Ja Ich mag noch rebooten tatsächlich Ja Stimmt Geil hier ist es Lichtschwert Meine Lieblingswaffe So 4 Gegner noch ne Lichter 4 4 Easy win 3 3 3 Ah bei mir ist die Bombe Bei mir ist die Bombe Ah sind Bots Danke Oh du schnell Kronen Jo was stimmt hier nicht Oh Hä Ich dachte 3 Ne wir sind ja zu viert Tschüss Gordon hast du denn getötet? Ja außer wen Ehre Ich hab nur 22 Kills gemacht Oh Gordon jetzt bist du So weit ist er noch nicht Oh Gott Die ist 10 Oh Hier ist ein Kamehameha So weit sind sie noch nicht Ja war 10 Da war einer Kamehameha Ja du bist auch so ein Kamehameha 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 Auch 10 Jahre gemacht Wie viele Kills habt ihr schon? Immer wenn ich vom Kamehameha getötet werde In der Solo Runde ne Ich so Kamehameha 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 Das war echt nicht witzig Was? Wird ihr was sagen? Ja Das war echt echt nicht witzig Kommt du zu sagt nein Ne Ey mein ich sitze nur so ein der ist richtig komisch Wer? Der macht die behinderten witzende ne Ey siehst du was in dem Ey was in dem Bild jetzt sitze? Ne Ne meine Freundin im Unterricht Ja Ich hab' gespielt mal an sie Ja Die Arme tut mir schon leid Ja Enrico Was hast du für ein Problem mit mir Gordon? Ey du Rico Wenn du kommst zu mir nach Hause dann kriegst du Probleme Ja Ja Hallo Rügt dich doch mal du Kleine Prinzessin du Kleine Prinzessin du Tito ist Vorsicht Gordon ist ein Abstabber Ja Hab' ich mittlerweile auch gemerkt Goldim du kleine Abstabber Tito ist einfach Gordon los schießen lassen und du schießt ihn tot Hallo Buck dich doch mal Oh Das war mit Absicht Eureko So war ich das jetzt komm ich die Schuss guck Ich hab' ne mystische äh 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 Mystische? Eine mystische? 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 Eine echt krasse mystische Gordon? Ja Ja Oh mein Gott hier kommt so viele mit Scheuchen angerettet Wenn du sie richtig beantwortest sind wir Freunde Wie lange muss ein Kind eine feste Zahnspange tragen? Wie lange was? Wie lange muss ein Kind eine feste Zahnspange tragen? Unterschied Das ist wunderschön, ey Das ist wunderschön, ey Falsch, ne? Außerdem je nachdem wie gut die Gummis rein muss oder nicht Das ist der letzte übrigens Wie lange? Tut schweig, was? Da ist auch noch einer drin Wie viele Jahre? Wo ist der Gegner? Ich sehe keine mehr Die haben sich alle versteckt, merkt ihr das? Wer wäre doch gerade hier gewesen Was ist denn hingelaufen? Die haben sich alle versteckt auf einmal Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Der ist am vollsten gestorben Wie viele Kills hatte ich jetzt? Ich hatte nur siebzehn Sechzehn Nach zwei Minuten Da ist er weg, da ist er weg, da ist er weg, ist er doch Geht doch Geht doch Oh ja, der ist schon mal weg Oh ja, der ist schon mal weg Oh ja, der ist schon mal weg Hier haben wir uns bei der Grenzstall weggelegen Hier haben wir uns bei der Grenzstall weggelegen Das sagt er auch weg Zack, der auch ruckzuck weg. Zack. Meine Güte, den mach ich sogar ein Plasma fertig. Ich hab' nichts mehr. Zack, mein ganzes Waffenarsenal ist langsam leer hier. Zack, weg mit dem. Zack, der ist auch weg. Zack, weg mit dem Weg. So einfach war es dann doch. Oh, da kommt noch die nächste Burg. Ach, du meinst den da oben, in dem Geröll drinnen. Okay, die Runde jetzt schnell beenden, oder? Das ist ein Solo und ein Duo. 1, 2, 1. Jetzt kommt Travis. Pistol, stärkste Waffe in game. Der hat dann ne Krone. Überlebe ich ne Scheiße. Hier ist der Golden Striker Pump gone. Oh, ist der einfach noch hier. Der hat auch n Krönchen. Könnt ja jetzt nur noch einer sein. Das ist ein Bier. Ach da. Oh, ich hab 40 HP, sehe ich gerade. Jawoll, episch. S75 habe ich, das ist ein Krönchen. Soll ich ihn jetzt essen, ne? Alles klar, bis später. Jawoll. Oh, ich kann dein Geschenk drauf bekommen. Vorsicht, der kommt jetzt gleich zu euch wahrscheinlich. Komm her. Lasst zweit ihn heilen. Oh mein Gott. Oha. Die Dirkung ist weg. Alter, wir haben die ganze Zeit hier geklappt. Oh mein Gott. noch einer ich habe für dich noch ein hier vorne ist einer oha mein pilz 188 hat ja der haut ab gerade wusste der ist gerade hinter der zwei dinge abgehauen ab dem pilz nach geschossen einer fliegt auf der schildkrug ist der letzte Jawoll, da ist er weg, da ist er! Episch! Schon wieder ein Kronensieg hier. Aber wir haben gleich viele Kids geworden, Alter. Tja, hättest nicht abgestoppt, ne? Nix, das hätte ich schon von dir wollen. Du hast nicht mal was. Ah! Was jetzt? Na ja, man muss ja mal gucken, wer hinter einen auf einschießt. Ihr wollt also morgen zur Kirmes gehen, oder was? Wo ist denn Kirmes bei euch? Kaps, wo ist denn Kirmes bei euch? In Mörs! Ach, in Mörs! Einer kommt geworden. Lass mir doch ne Kill bitte, Mann! Ich hatte nur gesniped, chill! Ey, drei Kills noch, bitte! Drei Kills brauche ich! Den brauche ich nicht! Ja! Möglich ist es bei der Auswahl an Gegnern! Wenn ich einen sehe, ich mach den nur Shield Crack! Wenn ich einen sehe, ich mach den extra kaputt! Ich auch! Mag, Alter! Ja! 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 Ihr seid ja auch nicht nett! So bleibt er motiviert! Komm ein! Zwei! Drei! Der hat sich selber getötet! Die kleine! Das war der vierte? Ho 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 ho! Sechs! Äh, warum haben wir keine Kräne? Ich hab 32 Kills gemacht! Warum haben wir keine Kräne? Ja! Haben wir davon eine Kräne geholt? Jo! Gordon hat einfach 32 Kills, Justin! Justin! Gordon hat 32 Kills! Guck mal alleine hin! Weil ich wollte eigentlich rebooten! Aber das schaff ich eh nicht! Aber ich geh zum nächsten reboot! King ist auch zu zweit jetzt auf die Kette hoffe ich! Er hat halt nur noch sehr 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 wenig Leben! Okay, alles klar Gordon! Was sagt der? Der kann uns gerade weder mit uns sprechen noch hören! Hör warum? Der ist gerade schon mit jemand anderen gerade am klatschen! Shit, bei mir kommt einer! Nein, verpiss dich! Nein, verpiss dich du uns! Ich hab halt Angst gerade jemanden zu gewuten! Ich hab halt Angst jemanden zu gewuten! Lukas, der Rico ist genau unter dir! Der ist gerade genug! Auch einmal bei mir ein Gegner stand! Noch liege ich hier! Und direkt neben mir ist irgendwo ein Gegner! Ja, und der schießt mich! War klar! Und der Lukas jetzt auch noch! Nicht! Er hat ihn! Er hat aber nur noch 3 HP! Lukas nimmt einen Heelsplay! Oha, die sind am snipen schon wieder die kleinen Runde Söhne! Das ist nicht zu knapp! Das ist sehr, 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 sehr knapp gerade! Aber der schafft den letzten Gegner vielleicht noch! Hätte meine Haare nicht vielleicht genommen! Einer Schott und es ist vorbei! Sag ich doch, der ist ein Snipe-Profi dahinten! Das bleibt gleich! Der hat gerade... Ey, dieser kleine Rund, ne? Der hat mich die ganze Zeit schon abgefuckt! MC, ich gucke immer deine Werbung! Sehr schön! Na, nur so kann ich euch sowas wie die Musik bieten oder sowas wie mein neues mit mein neues Design bei Twitch! Wie gefällt dir mein neues Design auf Twitch? Ja! Lukas ist der krasseste! Jawoll! Genau so! Genau so! Der Lukas hat's gerockt! Lukas ist ja nicht nur zuhaften! Ach guck mal, wie wenig das noch sind! Es sind doch noch 2 oder 3 Stück! 3... 2! Glaub ich! Jetzt noch 2, ja! Ja, jetzt nur noch 2! Deswegen, also da brauchen wir noch keine Taktik für! Die kommen eh nicht! Dann kannst du nur noch suchen und zerstören! Ja! Die trauen sich ja von selbst nicht zu kommen! MC, du weißt doch, dass ich in Duisburg wohne, ne? Nee! Zeig! Einer weniger! Okay! Ja! Einer noch! Weißt du auf welche Schule ich gehe? Ja! Die Oberhausener! Auf die Oberhausener Schule! Nein! Hast du auch 2 Versuche zum raten! Keine Ahnung! Die Duisburger Schule! Ja! Auf welche Schule? Keine Ahnung! Halbschule? Ja! Fast! Gesamtschule! Ich bin auf der Sekundarschule am Bigger Park! Okay! Was ist daran so besonderes? Dass es gute Lehrer gibt! Dass es gute Mädels in den Klassen gibt! Aha! Du hast eine Freude, Bruder! Ja, habe ich! Cringe, cringe, cringe! Und die habe ich heute auch schon wieder gesehen! Ehrlich gesagt, die sind die jedes Wochenende! Und in der Schule! Ja! Du konntest von der Oma gar nicht jedes Wochenende sehen, oder? Hm! Ha? Wenn der da jetzt in dem Boot kann durchtorte, ne? Rausen mein Zimmer! Doch! Das ist niemand! Nein! Du darfst aber nicht! Jetzt geh in dein Zimmer! Verdammt nochmal! Oh! Lukas, was ist denn da passiert? Oh! Einfach an dem Boot gestorben, der Junge! Tschüss! G promotion! Oh! Tööööööööööwww das ist mir scheiß egal alle 300 leute mit mir redet kann ich euch auch nicht verstehen mein gott ich traf keinen schuss ja du sollst ihn ja auch nicht treffen das war die letzte tasse von meiner Oma jetzt ist Krieg was ist denn Lara du musst so ne Abstauberin ne, jetzt ruf der eigene Kills wo hat dein mommy wer ist das denn jetzt noch ja wie heißt der denn wieder hab einen der bleibt ja natürlich genau gerade stehen ok nur noch einer mc rossi 2003 der metal rapper ja mensch ich hab ja auch erst 13.15 schulschluss ich hab 13.10 schulschluss ich hab gar keine schule ich hab 12.30 schulschluss problem ist ich problem ist ich hab jetzt noch diese Woche Ferien was ist sieg wo das denn Lara hat die letzte Woche getötet die abstaubring ich hab nicht gesagt dass du denke aber ich hab das da oben fehlt einer die ganze ich hab die ganze sechs was ja ich muss ausmachen ich brauche unbedingt andere klamotaren tschau bis dann tschüss tschüss tschulden tschulde tschulde Ich weiß nicht, dass ich den Lass noch um den Läger Hier liegt noch ein Ding, das kann mehr wie her und so hier liegt überall so viel blue life sehr unglaublich bei mir ist ein gegner du kommst du hast bei dir jetzt fort mal wieder geht das war luca ach das war dann aber noch ich habe noch ein schick weg habe noch einmal das ist auch noch der schick weg das auch zwei stück noch da unten die feiten miteinander ja der hat den geholt das war schon egal gute runde gute runde ich bin eher beschlossig ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, verdammt. 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 der hat mir gerade gesagt ich habe mich selber pass bloß auf noch mal noch mal einmal noch kannst du nicht die kam ich habe ja auch scheiße die frage mich so ab dass auch das noch eine ja natürlich ein stein oder fünfer tics doch die scheißzone fünfer tics probiere mit mp der zu weit weg ja nice da die noch bg jetzt probiere ich am besten erstmal zu hirn oder bei mark ist einer das letzte sind zwei in ein volles oder zwei ich habe gar nicht gemerkt dass mark noch lebt ich dachte der letzte ich habe gesagt ich schicke kurz aus weil ich hatte das ist ja ich habe keine munition ja ich möchte revolver mädchen wir wollen ja epischen gemacht also lobby oder bereit machen ich habe mit sechs haben die beiden bei der branche überlebt das war so klein hätte nicht gedacht dass wir die runde schießt auf mich ja dann ist es draußen komm mit 1 der andere sagt ein vier oder ein sohn oder zwei du sein wenn sie beiden zwei duos also ein also ein solo und glaube ich ein duo weil bei mir ist kein sinn Schild glaub ich einer. Ja da unten ist der. Wo? Hier? Da. Da. Du bleibst hier. Diesmal dann kommst du mir aber nicht. Scheiße! Ich wollte den absturben. Tja. Hättestes mal gemacht du. Hab ich versucht. Die anderen hab ich auch aufschießen hören. Die waren aber Richtung Süden. Ich hab 6 Kills. Ich hab 21. Oh mein Gott. Ich hab 21. Ich hab die übertreffen. Gegner Schüsse gehört. Ah ne. Wer ist er denn? Wie ist ein Kapitän hier oben? Oh das ganze Schiff hier muss man meinen Brand setzen. Ja die fliegen da mit Dragon Ball. Hab ich gesehen einer tilt. Oh mein Gott Anna ist so billig. Einer tilt auf dem Baum. Oh mein Gott der hat ne DM hier. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Ja der kann auch noch mal gut zielen. Der auf dem Baum ist richtig low der jetzt fliegt. Der hat mich grad dreimal abgeschossen. Ich hab nur 31 HP was soll ich machen? Ich hab grad eingefüllt. Ich hab grad eingefüllt. Ich hab nur 31 HP. Ich hab nur 31 HP. Ja. Ja. Das war's schon wieder. Ja. Das ging schön. Ich bin ja gar nichts. Ist halt wirklich so. Hä das waren aber viele echte Gegner nur das Dings wir haben jetzt überrannt. Ja ohne Witz. Bereit machen? Ja. Also ich war jetzt mal echt überrascht. Aber ich hatte jetzt. Du sollst mich holen und nicht darunter werfen. Gordon? Du sollst mich nicht darunter werfen. Du sollst mich jetzt mal wiederholen. Du musst hier erstmal einen Safe-Spot geben. Tut mir leid. Willst du hin? Ich dachte ich soll dich hochholen. Ich geh hin zu einem Stein. Oh ich hab ein Kamekameha gehört. Ja das ist von uns. Ist auch ein Kamekameha. Kissen. Hier wird geschossen. Ihr könnt von mir aus gerne einen Kamekameha direkt in die Fresse kriegen. Ganzes Team hier unter mir tiltet. Doch kein ganzes Team. Die hat auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt zu zweit sind. Und du brauchst gar nicht versuchen wegzukrabbeln. Abstaubar. Höhö. Schon wieder. Ja die hat nicht geschickt. Ich schaue ihn geholt. Ich ach nicht. Soll ich nicht töten oder was? Ich schaue nicht. Soll ich nicht töten oder was? Schon wieder? Ich hab neun Siege mittlerweile. Ich hab neun Siege? Was für neun Siege? NES Grab. Na! So, ein guter Treffer. Oh, das war noch nicht alles anscheinend. Ah, Flea und Gnade. Flea und Gnade. Ich habe doch gesagt, den schaffe ich diese Woche. Ich habe doch gesagt, den schaffe ich diese Woche. Genau so hätte ich das, glaube ich, früher mal gemacht. Einmal noch. One shot. Jawoll, da ist er weg, Racer. Hot Knuckle. Ne, hat niemand gesehen, aber jeder hat es gehört. Oh, Scheiße. Ja, Gordon, was machst du denn da hinten? Ich hänge so stundenlang im Ladebildschirm, wenn ich irgendwo rein möchte. Dann fliege ich erst zur Runde raus. Echt? Das geht jetzt. Eine komplett eigene Map. Hast du mir schon erzählt? Ja, ey? Hast du schon drauf gespielt? Hallo? Hallo? Ah. Da muss ich keine Hande sagen. Weil ich gerade mit dem Krams sind. Ach, du bist Lara. Nö, weißt du, ich bin Lara. Da steht es direkt auf der gegenüberliegenden Seite von dir geworden. Ich komme. Dann renn auch und lad nicht nach. Ich muss halt nachladen, das ist halt das Problem. Aber. Anni, deine Krone. Doch nicht. Nimm dir die E-11. Anni, du kannst gut mit der E-11 spielen. Ich nehm auch die E-11 jetzt. Nimm die, leg die Ranger weg. Der letzte Gegner ist da oben drauf gewesen. Ja, aber wenn du die MP weglegst, MP ist schneller. Und Lara, alles gut von mir? Also leg die Pumpdamm weg. Die Pumpdamm macht einen Vierer-Hit. Also vier Schuss. Ja, also vier. Also. Also. Das sind viermal. Also vier Schüsse. Nur noch ein Gegner, ne? Ich habe gerade so gesehen, wenn man einen Sieg holt, dann kriegt man ein Skin. Nimm die DMR. Oh, episch. Boah. Geil gemacht, Enrico. Ja. 31 Kills insgesamt. Ich habe ihn ein Headshot kassiert. Was ist denn? Kills habt ihr insgesamt. Was? Ja, warum wohl? Weil ich 21 alleine habe. Ich habe keine Ahnung, Kammer. Ich dachte jetzt auch, das wäre ein normaler Gegner. Aber konntest du auch gar nicht sehen. Hattest keine Chance, was zu erkennen. Da kommt. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hinter mir ist auch jemand. Alter, der macht mir ernst. Ich fahre mal bei der hinter mir. Da kam zu uns gelaufen. Achso, ne. Ne, das ist ein Wildschwein, aber unten kommt einer. Zwei stehen in der Zone, Wildschwein von oben. Da. Hab den eingehärt. Ich habe den. Die sind irgendwo. Hier ist irgendwo ein Wildschwein mit jemandem. Da in Raskorn gehst du dahin? Ich hab den nicht schon wieder bei mir. Ich glaub du trau mich, ne, ich trau mich nicht. Du bist doch wunder gut in deutsch, Mensch. Ich, Gordon und Lara waren halt die ganze Zeit nur um sprayen. Weil wir aber nichts anderes im Spiel. Weil wir haben auch nichts anderes zu tun als das Sprayen. Bereit machen? Ist auch jemand anderes da nicht mehr wohl? Vorsicht! Oh mein Gott, fuck! Oh nein, noch einer mit Kamikamia. Ach du Scheiße. Gordon, was ein Schweißkuck. Was war das denn? Das weiß ich gerade auch nicht. So, eine ganz schlechte Idee. Gordon, was hast du gemacht? Mag nur eine Krone. Oh, Krone. Hab ich. Aber einer muss hier noch irgendwo sich versteckt halten. Ja, der war hier hinten irgendwo in die Richtung. Soweit ich das noch weiß. Ich glaub, das ist gerade ein Busch-Camper. Oh nein! Bist du sicher? Der Busch ist weg. Der Busch ist auch weg. Ich habe mal. Ich habe mal. Der Busch ist auch. Ich habe mal. Da wurde atomisiert. Der Busch ist auch. Ich habe mal. Ich habe mal. Nüssen. Das wurde atomisiert. die karte was soll ich denn machen Ja, für diese Kugeldinge da, fahr weg. Dir, wenn du jetzt an Vollschade stirbst, das wär's jetzt einfach. Ich würd erst mal mit denen gegen die da unten fallen. Toll, meine Karte ist voll voll. Ja, dann soll das so in unserer Nachfassung. Ich halte scrollen, du hattest mal überlebt, was ich nicht denke. Wer bricht denn so'n Schwund ab? Was ist schön da unten? Was ist schön da unten? Ich hole dich mal an, ich hole dich auch von euch... Ich hole dich jetzt. Mit wenigsten. Wer ist ein Problem. Ich hole mich! ist das schon der letzte ja Tatsache so gewinnt wir eine Runde ganz einfach hab eine Heavy Snowball das war ja klar dass wir gewinnen müssen das geht ja gar nicht anders 18 Kilometer mit zusammen ich nehme kurz Loot Drop hoffentlich kommt dann Gold will jemand hat noch nicht ja wir schauen ich gebe Gegner pushen auf dem Grund ist sehr schön einer Tod okay das sind wir zu viele es sind wir ganz viel zu viele leicht zu viele leicht viel zu viel so hätten wir viel für mich so es wird schon hier Oh, schön. Von wo? Wie, was? Hä? Ich hab nichts gemacht. Dann ist er wohl in der Zone gestorben. Ja. Dann ist er wohl in der Zone gestorben. Nicht schlecht. Komm, wir noch ein. Lobby. Ja, komm, eine Runde können wir noch. Ja, wird schwer, wer wird warte. Jetzt bin ich noch gegangen. Ja, komm, wir machen ja nichts.